Hi Leute Willkommen zum neuen Gameplay von mir und zwar das Gameplay habe ich auf der neuen Map Gauntletter gespielt. Ja die Map an sich die habe ich jetzt zum ersten Mal gespielt gleich aufgenommen also ich finde es riesen stark also nicht verwundert dass ich so ein bisschen ja ein bisschen verwirrt bin manchmal wohin ich eigentlich laufen muss aber ich glaube das wird ja mit der Zeit mit der Zeit wird alles kommen. So an sich die neuen Maps sind wirklich stark gemacht hier ist die Gauntlet wo ich jetzt mal vorstelle und zwar die ist in drei Maps aufgeteilt würde ich jetzt mal so sagen einmal hier den Dschungel zum Beispiel dann sind wir wo der Dschungel ziemlich gut gehalten wird ich finde es schon stark dann sind wir hier Eislandschaft das ist an sich die größte Map quasi ja da spielt sich eigentlich immer das meiste ab und dann haben wir einmal so ja Militärfabrik eher gesagt und die ist auch ziemlich ja ziemlich nice würde ich sagen ja das ist eigentlich die Vorstellung von von der neuen Map wo ich jetzt gerade mache ja ihr könnt mir in die Kommentare schreiben wie ihr die neuen Maps so findet vor allem Gauntlet jetzt wie es aufgebaut ist in den ja drei Maps in ein wie es euch gefallen hat mal zu spielen würde mich darüber freuen wenn ihr mir einen Kommentar da lässt wie eure Erfahrungen sind ich würde kommentieren die Kommentare werde ich dann auch beantworten freue mich ja dass ihr jetzt zugeguckt habt ich werde in der nächsten Zeit wieder mal irgendeine Map von den von den neuen DLCs rausbringen ich hoffe das hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat lasst mir einfach ein Like oder ein Abo da würde mich dann darüber freuen also gut bis demnächst wenn ich wieder eine ähnliche Map vorstelle